Elli? Hey! Wollen wir gerade Gassi? Schnucki? Hm, ihr guckt beide nicht in die Kamera. Was soll ich davon halten? Hallo bei den Spielzeugtestern! Heute machen wir den Hund. Das ist von Babyborn, der Hund. Der heißt eigentlich Andy. Aber ich nenne ihn Bella. Und Bella kläfft gern und viel. Ja, und er hat jetzt, sie hat jetzt Hunger. Das zeigen wir gleich. Ich wollte einmal Bella kurz zeigen. Bella hat ein rosanes Halsband. Ja, mit zwei Seiten. Eine Hundemarke. Dreh es mal um. Dreh es mal um. Ja, gleich! Gleich! Das hier vorne ein Herz mit einem Knochen. Wenn man es umdreht, steht da Babyborn. Damit sie auch nicht verloren geht. Dann bringt Bella ein Knochen mit. Genau. Und eine Fernbedienung. Damit man sie steuern kann. Richtig. Damit man sie laufen und hinsetzt. Wie stehen. So. Mit den Pfoten. Genau. Du kannst ja jetzt mal zeigen. Weil damit Bella ein Leckerli bekommt. Muss sie sich erstmal hinsetzen. So. Dann macht sie Männchen. Mit dem hier. Immer nach unten. Genau. Das ist ganz wichtig. Haben wir festgestellt. Wie ihr den Knochen verfüttert. So. So. Und jetzt kannst du sie mal Gassi führen. So Gassi gehen das hier. Und es ist wichtig, wie rum ihr den Knochen reinlegt. Weil sonst bleibt er stecken. Zumindest ist das bei uns der Fall. So geht das. Und da ist er rausgekommen. Ja. Echt cool. Also es hat bei uns am Anfang nicht geklappt. Weil wir den wie gesagt falsch rum reingelegt haben. Oder falsch rum gefüttert haben. Mami Hunger. Mami Hunger. Ja. Oh. Oh. Jetzt schifft sie schon. Oh. Oh. Schnucki helft ihr. Du sitzt auf ihrem Buschi. Ich habe geträumt. Bestimmt. Ich hab geträumt. Nimm so süß. Oh. Ja, du Süße. Ich bin mir Gassi. Eigentlich bin ich mir wieder Gassi. Mein Hund schläft schon. Er möchte wieder Gassi gehen. Gleich ist er raus aus dem Bild. Ja, gleich ist er raus aus dem Bild. In Bella selber sind drei Doppel-A-Batterien drin. Hier einmal im Bauch versteckt. Und in der Fernbedienung sind drei so ganz kleine Knopfzellen drin. Die sind auch schon mit drin, aber bei uns waren die leer, als wir sie bekommen haben. Also die hat sogar noch so ein bisschen gekläft. Und die finde ich echt cool. Sie kann selbst Gassi gehen, aber nicht draußen. Nee, dann kriegt sie, glaube ich, ganz dreckige Fötchen dann schnell. Hier, guck mal, ob sie mal selbst draußen lachen. Passt du gut auf deine Freundin Bella auf? Passt du gut auf deine Freundin Bella auf, Elli? Ja? Die Kinder wollen dich ja mal öfter sehen. Guck mal, das ist die Elli mit ihrer Freundin Bella. Ey, das ist nicht höflich. Genau, so ist fein. So ist fein. Und wo ist Hanna, Elli? Oh, genau, Hanna ist schon müde. Die isst jetzt noch ein bisschen was und dann geht's ins Bett. Ne? Und Elli darf noch ein bisschen draußen sein. Hm? Bisschen Krach machen. Und was macht man mit Bella? Bella darf mit nach oben, ne? Was hast du gesehen? Pass schön auf, Elli. Pass schön auf. Hm? Wollen wir mal Bella anmachen? Guck mal. Ich. Ich. Ihr seid so süß zusammen. Einer süßer als der andere. Na, klasse. Wird mir zu langweilig. Dann pul ich mich halt am Po. Ne, Schnucki? Dann pul ich halt am Po. Elli? Und Bella? Und mit dem schönen, harmonischen Bild verabschieden wir uns. Bis zum nächsten Mal bei den Spielzeugtestern. Tschüss. Wenn euch das Video gefallen hat, macht den Daumen hoch. Und nicht vergessen, unseren Kanal kostenlos zu abonnieren. Und hier könnt ihr unser letztes Video anschauen. So, jetzt machen wir K-Pops. Genau. Wie gesagt, wir haben ja schon welche vorgeformt. Dann nimm dir mal einen. Den hier. Genau. Und dann legt man den da rein. Und drückt zu. Genau. Und hoch. Und dann macht man die nach hinten. Ne, lass los. Warte. Wir machen einmal den Überschuss hier ab. Ha, 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 ha. Hast du gesehen? So.